Der schmale und der breite Weg Ein Teil der Bergpredigt Jesu Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Gehe durch das schmale Tor. Das breite Tor und die breite Straße führen in den Untergang. Viele gehen diesen Weg, weil er einfach ist. Das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn.